Hallo, in diesem Video nur ganz kurz die Berichtigung unseres Videos bezüglich RC4 Shitstorm. Da hatten wir Vollzug gemeldet, da war allerdings gar nichts voll, weder der Zug noch sonst irgendwas, allenfalls meine Kollegen. Ein Zuschauer hatte uns via Twitter gemeldet, dass es gehen würde, wir haben das scheinbar nicht ordentlich geprüft und darauf geachtet, dass wir eingeloggt sind während unseres Tests oder die Leitung anderweitig verschlüsselt ist, die Leitung mal nicht verschlüsselt, dann kann man den Test gar nicht fahren. Insoweit, ja, es funktioniert immer noch nicht. Deswegen also ein großes Entschuldigung, war mal wieder nichts, tote Hose in Bezug auf die Weltherrschaft. Oder wie unser anderer Twitter-Zuschauer das hier mal formuliert hat, ich würde mal sagen, ihr habt richtig gefehlt. Ja, kann man eigentlich nichts weiter zu sagen. Insoweit verkrieche ich mich jetzt mit Pinky in die Ecke und bereite mich einfach auf nächste Woche vor. Okay.